einer klein und will Prozent sehr abiert die so diesmal sind beim letzten mal bei der Quelle des Mutes bringen wir erbringe der Quelle des Mutes eine Schuppe des goldenen Geistes Vaudra möge Pilea mit dir sein okay ja wo wollen wir denn erstmal hin ja das ist so ein Drache der taucht hier zwischendurch mal auf Möchte ein liebesnachsgebiet hier noch gerne erkunden bevor ich jetzt okay wo gehe ich jetzt erstmal hin ja komm lass sie unten wo macht man jetzt schon mal leise und mach dann wird schon hoch und jetzt ist da so welche in die Klupe dann musst du einmal auf das Zeichenbaut gehen ja drauf drücken und dann schnell das Zeichenbaut ist weiter links okay naja so ich kann ja jetzt mit Ton aufnehmen das finde ich sehr schön aber ich glaube ich mach mal Einstellungen Audio nee Einschnellungen diese VR-Brille ist so scheiße also alle DCs haben ja schon ähm nee ich muss noch ein bisschen Leben sammeln dann halt nicht Mann das kann doch nicht leben ich würde das den Ton leiser machen oh der ich weiß jetzt nicht äh versuche ich später so so dann haben wir den auch ich bin sehr gern am Eibung sammeln das ist hm ich mag es halt so ich glaube ich hole mein Pferd ab und noch nicht da willkommen auf unseren Stall ich möchte ein Pferd abholen das Ziel oder Majera Majera das ist das na au wenn ein Pferd angst hat oder weiter will ich bringe ok weil die immer so rekt weg sind öfters und und so da kamen so ein paar Leute schreie oh jetzt schreie ne liebe schreie Warum sind das so riesige Säulen immer gewesen? Was hat denn hier für einen Sinn in der Welt? Oh ja. Oh nice. Da ist ein Krok. Krokki. Shit. Shit, 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 shit. Alter, das geht jetzt nicht mehr. Ich fühle mich so fach. Ich muss mit einem Stein reinwerfen. Ich hab den jetzt nicht ehrlich fallen lassen. Ich mach mir's jetzt viel zu... Ich mach mir's jetzt einfacher. So, jetzt kann ich ihn verkacken. Jetzt kannst du eigentlich nicht mehr fahren. Ja. 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 so was ist es was es ist ein bärtschein ach komm das ist doch auch locker ein krok jo noch ein krok so ich bin schneller ich warte hier so lange bis du rauskommst ja da ist noch ein krok ok 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 hinterfrage ich mal nicht dass man die aber auch statisch machen kann so maxi trüppel oh ich kenne richtig geile äh sache wie du an wie man ans masterschwert kommen kann ohne äh die 13 herzen zu haben und zwar kannst du was war das die digger können sie hoch hallo ja was tut weh das tut weh äh wie viele herzen wir haben das ich habe gerade 6 9 äh 12 ja ok das werden genug ich müsste weh du gibst jetzt die geister auf den controller ja 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 ne Ok, was hat er für ein Problem? Äh, Monster. Ich habe heute Albträumen, das Monsterangriff damals in Stallhochebner. Hey! Sie scheint jetzt froh zu sein. Ich habe heute nur Pilze sammeln, ok. Ich habe heute noch ein Problem. Ich habe heute noch ein Problem. Ich habe heute noch ein Problem. Ich glaube, ich habe aber auch so alle Pilzsorten gescannt. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr die scannen. Ich habe ja vorher alle Okay, Pflanzen habe ich schon echt viele. Waffen. Alter, wie viele Waffen gibt es da noch? Drogen gibt es ja nur drei. Drei weitere, die ich noch brauche. Kann sein, dass ich früher mal eine Brücke war, die eingestürzt ist. Sieht mir so aus. Aber ich bin jetzt drüber und das ist das Einzelne, das zählt. Ich kenne es. Oh, ich kenne das Gebiet. Das hat mich so genervt. Oh, ich kenne das. Oh, ich kenne das. So. Oh, ich kenne das. So. Aber auch diesen einen Typ hier habe ich getötet, ja. Oh, ich kenne das. warum mache ich doch nicht warum mache ich das nicht was viele sinnvoll ah Gott das stimmt da war ja was ich bin da früher nie hochgekommen aus einem Grund das hab ich schon ganz vergessen Alter ist gar nicht wahr ähm es gibt ja diese Geysire ja okay unter denen hier ist eine Truhe aber 100 100 weitere Rubine da sind ganz viele Pflanzen ähm Ja. Tadalalalalalalalalalalalalalalalalala Schauen Sie mal oben. Auch knapp. Puff. Uff. Äh... Hätten wahrscheinlich auch mit Trevati Sturm hochkommen können, aber... Warum sollte ich?